Alter, ich bin der größte Gammler, den es gibt, gell, ich gammel unter dem Tisch. Ich bin Ninja Turtle. Teenage Mutten Ninja Turtles. Ich bin so versteckt wie ein Ninja Turtle. Im Untergrund. Kleiner Freestyle. Die Strone. Bro, wieso schießt du sie nicht? Du musst doch nicht von Anfang an mit dem Schild laufen. Komm, Alex, komm jetzt, komm jetzt. Nein, warte, ich will noch das hier zu machen. Vertraue mich, vertraue mich, vertraue mich. Alex, es ist onside, komm mit, komm mit, komm mit. Hier, 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 komm, 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 ja, komm. Oh, Alex, das sind drei Leute, das sind drei Leute. Ja, lass zurück, lass zurück. Ich hab Kontaktgranaten. Pass auf. Alex, vor mir, vor mir, hier. Da drin, da drin. Bro. Hier, hier, Alex, hier. Hier, hier noch einer. Tötchen, Tötchen. Such ihn, ich such ihn, chill. Ja, okay, geht. Versteck dich. Oh, oh. Hier. Oh, er pusht mich, glaub ich. Nice. Alex, bleib mal stehen. Komm, kurz zurück. Kann ich dich hinten damit? Mit was denn? Wo bist du? Hey, 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 hey. Jetzt kommt, hä? Aua, Junge. Minus 5 hab ich. Minus 5, Minus 5. Ich hab 30, ich hab 70 AP, Junge. Das hüllst du mit mir. Ja, ich doch auch. Wie viel Schaden hab ich eigentlich dir gemacht? Fünf. Du bist ein Bastard, Digga. Soll ich jetzt erst mal Blitz spielen? Mach. Ja. Mozik, das ist Mozik. Dein Feld ist komplett los, gell? Also... Ladung scharf. Drohne aktiviert. Bist du last so hässlich? Jo, ich hab meine Drohne einfach selber zerstört, Digga. Hä? Bro, Bro, da war ein Gegner bei dir. Wow. Sorry. Ich hab aus dem und meinen Mate eingeschossen. Und er hat mich getötet. Das Ding ist, ich wusste, ich hab jemanden erschießen hören. Dann ist da von hier oben jemand gedroppt. Dann dachte ich zu deinem Gegner. Dann hab ich doch geschossen, so. So. Kann ich doch nichts dafür. Doch. Echt? Zwei. Close, 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 close. Zwei, 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 zwei Leute. Oh. Boah. Haha. Alles Gute, Alex. Der hat geteamkilled. Der ist da auch. Nope. Ah, nee. Das ist mir chillig, Digga, hier, Mann. Ich geh backstab. Weil das ist mein Job, zu backstabten. Nur Cup kann backstabten eigentlich nie, weil er so langsam ist. Doch, doch. Das ist genau der Sinn, der sagt, du musst das System ausdrücken. Ich weiß nicht, wieso ich das so lustig finde. Geil. Ich weiß es genau nicht. Da, wo ich gestorben bin. Mann. Ich wusste nicht, wo die Tür ist. Ach, die Tür wäre weiter links, Mann. Ich wollte ihn überraschen. Ich wollte so über den Kindern dieses. Woho, hallo, ich bin hier. Are you sure about that? Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Danke, danke. Live ping. Nice, nice. Guter ping, guter ping. Danke, gerne. Ich wurde verbrannt. Oh, sorry. Hilfe, 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 Hilfe. Der Shield-Typ ist mies weak. Er ist on-set mit Shield. Oh, nein, Alex. Alex. On-set. Du siehst ihn durch das mirrorfenster. U부bblow. Bro, ok. Ich schwitze jetzt. P regn. Huh, der ist in seine Falle. Hast du ihn? oben oben treppe treppe ist jemand auf 1 nicht mehr okay bin so guter spieler die frage ist was macht smoke da bewegt sich jetzt pax öffnen pax öffnen die junge schaust ist schon wieder an die geweis in die kwera bei mir aber ich wollte jetzt ähnlich alle rahmen ab der geschenke ist egal bevor ich irgendwo in die ich eben alles ab mein let's go kiss you Komm komm weg wieso kriegst du weg? Bro weil ich krieg ihn hinter der Wach... Pfff Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Bro wer chillt Wer chillt da? Scheiß rein wer? oder wer zum ficken wo ich sehe dieses kaputt kann feiern nicht jedes mal ja ich wäre sowieso tot aber lag einer am boden alex ich hasse es ich hasse kapkan ich hasse ihn so sehr alex mann ich war doch traurig wirklich eine pediger letzte war da wo ich ihn markiert habe ich habe ich habe ja ich habe gesagt ich check das nicht mehr meines war der dort ja mann du kippst die ganze zeit waren das ist immer so egal was ich spiel aber du kippst immer ich hab was aufgesagt mein gott ich hasse dich ich bin nie wieder mit dir mein gott mein gott digger ganz ehrlich hoffentlich stirbst du schon wieder kapkan auf zu schwitzen man sie wieso muss im auge machen ich habe noch nie sowas verdientes gesehen wie das hier das hast du so verdient ich hasse dich mann dicker nur wegen alex ist immer so auch gemacht ich habe kein auge gemacht du hast das letzte runde auge gemacht du hast mich nie zu ende spielen du musst immer drinnen irgendeine scheiße sagen du bist selber schuld wenn du mich rein baitest wo ich denkst du pass auf du gehst genau dahin aimst dahin und dann bist du da gegangen nein 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 da warst du selber schuld du sagst pass auf ich war schon drin was soll ich da machen du hast dahin geämmt das heißt du wusstest dass da ein loch ist wenn da kein loch wär dann hättest du einfach eine wand angezielt weißt du was halt dein brenn du bist ein capper alter du cappst die ganze zeit wie boom bueno wo 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 wo